Herzlich Willkommen liebe Zuschauer zum Trading-Tipp, dem ersten in dieser Handelswoche. Morphosis ist unser Kandidat, den wir heute auserkoren haben. Warum? Ende November stehen wichtige Daten zu einem Alzheimer Medikament von Roche an. Da arbeitet Morphosis mit. Wir haben ja bei Biogen gesehen, was los ist, wenn da gute Daten kommen. Und da ist die Spekulation jetzt schon darauf zum Teil, die wir eben seit Tagen sehen. Vier grüne Kerzen in Folge, wieder über der 200-Tage-Linie. Und der nächste Widerstand hier im Bereich 23 Euro. Da sind wir jetzt auch schon dran. Und ja, sollte das Ganze positiv verlaufen, die Daten gut laufen, dann hat Morphosis sicherlich richtig Potenzial, zumindest mal sogar bis hier in den Bereich von 30 Euro zu kommen. JP Morgan hat sich geäußert, Kurs C32,50, zwar neutral vergeben. Okay, wenn die Aktie 50 Prozent Potenzial hat, warum ich dann nur neutral auf die Studie schreibe, bleibt dahingestellt. Aber ich sage mal, technisch schaut es gut aus. Die Fantasie ist auf jeden Fall da mit den Daten Ende November. Also das Ganze spricht eher für steigende Kurse bei Morphosis. Und deswegen haben wir uns für ein Faktorzertifikat unseres Partners Marken Stanley entschieden, die MD3 Y08. Es kostet 7,81 Euro. Sie hat einen Faktor von 3 und einen Stopp, den legen wir bei glatt 7 Euro. Noch ein kurzer Rückblick auf die Lufthansa. Wir sind dran an der 200-Tage-Linie. Schaut ganz gut aus und wenn wir die überwinden, dann ist der Bereich bis 6,80 beziehungsweise 7 Euro das nächste Ziel für die Aktie und für unseren Schein. Der ist von 5,48 auf 5,72 gestiegen. Zwar noch nicht die Welle, aber es sind 5 Prozent, die wir da gemacht haben. Ziel sind so um die 30 Prozent vielleicht, wenn es gut läuft, bis, sagen wir mal, zwei, drei Wochen. Durchaus möglich, wie gesagt, wenn die Lufthansa hier den Zielbereich um die 7 Euro anläuft. Das war's von mir. Ich wünsche Ihnen weiter gute Kurse. Würde mich freuen, wenn Sie Sie morgen wieder einschalten. Machen Sie es gut.